So Leute, was geht? Unverbandet vom Staat. 10.000 Euro für Rundfunkdizenz. Ach stimmt, Montana Black, wo ich eine Rundfunkdizenz holen soll, das hätte ich meine Cake News erwähnen können. Ach, ich hätte Montana Black in den Titel schreiben können, verdammt. Juckischlinge, bevor das Video startet, gibt es noch ein bisschen Eigenwerbung in, wie es schon der Name sagt, eigener Sache für meinen Shop montanablack.de. Aktuell gibt es wieder zu jeder Bestellung eine von fünf einzigen Autogrammkarten. Sehr, sehr geile Motive, wie ich finde. Unter anderem hier mein Liebling, Ehrenbruder, Kailo. Aber ansonsten auch alle... Also krass, weil es halt in seinem Haus einfach... Anderen Karten sehen mega fresh aus. Alle handsigniert, limitiert. Fingst du die Videos eigentlich schon vor den Reactions an, die Unge? Ja, alle. Zu dieser Weihnachtsaktion, viele Produkte sind jetzt auch wieder vorrätig in allen Größen für euch verfügbar. Unter anderem der Klassiker, der 540 Gramm Zippo, die im Camouflage-Lock, einer meiner absoluten Lieblingsstöcke. Ihr wisst, ich liebe den 540 Gramm Zippo, die als wenn es meine Freundin wäre. Dann gibt es noch Versandkosten frei ab 50 Euro für euch und wenn ihr über einen Bestellwert von 5... Ja, okay, Digga, ist es okay, man macht noch mehr Werbung. Ja, was ist das, Alter? Eine Sache, da wollte ich nochmal mit euch drüber quatschen, fällt mir gerade ein. Und zwar habt ihr es ja mitbekommen, Thema Rundfunklizenz. Und zwar geht es hier rum. Das ist der neue Medienstaatsvertrag, der in Kraft getreten ist. Neues Medienkonzentrationsrecht in Sicht. Der Medienstaatsvertrag ist aber schon schwierig. November 2019 in Kraft getreten und ersetzt den bis dahin geltenden Rundfunkstaatsvertrag, der altmodisch war und ist. Neben einer Vielzahl neuer Definitionen enthält der Staatsvertrag Regelungen für Medienplattformen, Benutzeroberflächen und Medienintermediär. Intervalle. Die neuen Vorschriften sollen dem Schutz der Meinungsvielfalt in der Converter Medienwelt dienen und beziehen deren Gatekeeper, wie etwa Anbieter von Suchmaschinen, Smart TVs, Sprachassistenten und Sozialen Medien ein. Das überkommende Medienkonzentrationsrecht mit seiner Fokussierung auf das lineale Fernsehen wurde dagegen unverändert aus dem alten Gesetz übernommen. Ja, hört sich erstmal für mich an nach ziemlich viel Kacke, Digga, aber gut. Und das ist jetzt im Grunde nur interessant. Die im Durchschnitt von 6 Monaten weniger als 20... Ah, warte, keine zulassen, wir dürfen heute die im Durchschnitt von 6 Monaten weniger als 20.000 gleichzeitige Nutzer erreichen. Ja! Geil, Digga, endlich ist es mal gut, ein kleiner Twitch-Stümer zu sein. 1.000 gleichzeitige Nutzer erreichen oder ihre prognostizierende Entwicklung erreicht werden. Mit dieser User-Zahl, Zuschauerzahl von 20.000 sind die gemeint, die davon nicht betroffen sind. Alle, die im Durchschnitt über 20.000 Zuschauer haben, sind davon betroffen. Das heißt, unter anderem ich, bin jetzt einzustufen wie ein TV-Sender. Heißt im Umkehrschluss, ich brauche eine Rundfunklizenz, ich brauche einen Jugendschutzbeauftragten und, 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 und. Und es geht mir nicht darum, Digga, dass ich jetzt Geld bezahlen muss. Ich weiß nicht genau, was es jetzt kosten wird. Ich denke mal so 10.000 Euro im Jahr für eine Rundfunklizenz, kann mehr sein, kann weniger sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Es geht mir nicht um den finanziellen Aspekt, weil das Geld juckt mich da nicht. Also das ist mir egal, Digga. Ja, 10.000 Euro, Digga, juckt mich nicht. Prinzipiell muss man erstmal festhalten. Jemand, der 19.000 Zuschauer im Durchschnitt hat, beim Stream, auf Twitch oder woanders. Digga, ich wollte gerade genau das gleiche Argument bringen, Mann. Und ich habe auch gerade so gedacht, naja, wenn du jetzt so 19.000 Zuschauer hast, brauchst du keinen. Aber wenn du so 21.000 hast, dann schon. Aber das Ding ist, also, irgendwo müsste ja halt einfach die Grenze gesetzt werden, ist ja klar. Und natürlich ist es halt immer dumm. Aber das ist ja bei Steuern halt genau das Gleiche. Ich glaube, die Reichensteuer hast du, glaube ich, bei 253.000 Euro oder so. Und da kannst du ja genauso sagen, ja, okay, und bei 252.000 nicht oder was. Ja, es ist ja halt so. So, ne, aber ich meine, irgendwo musst du halt einfach diese Grenze setzen. Und der Staat hat sich halt für 20.000 entschieden. So, ich meine, irgendwo muss da die Grenze sein. Selbst wenn du es auf 30.000 gesetzt hättest, dann wären halt 29.000 noch okay. Aber 30.001 nicht so, ne. Deswegen verstehe ich den Punkt halt generell nicht. Deswegen Grenzen, also so feste Grenzen, wo dann entweder was Hartes kommt oder nicht kommt, sind immer schwierig. So, ne, das ist klar. Aber irgendwo müssen sie halt gesetzt werden. Also ich finde es generell aber auch lächerlich, weil selbst wenn Monty jetzt 30.000 Leute erreicht, finde ich nicht, dass er irgendwie als TV-Sender oder sonst irgendwas zu sehen ist. Weil das einfach was komplett anderes ist im Gegensatz zu einer richtigen Serie oder Sendung, die halt im Fernsehen läuft. Also da sieht man halt mal wieder, dass der Staat halt keine Ahnung hat, wie das halt läuft. Ich meine auch, ich meine diese Rundfunklizenz, keine Ahnung, ich sage mal, wenn du 20.000 Zuschauer hast, ich glaube, dann sind 10.000 Euro für dich kein Problem. Also ich weiß ja, wie viel ich verdiene, wenn ich jetzt das hochrechne auf 20.000 Zuschauer, Bruder, dann gebe ich dir das mal so nebenbei, so, ja, hier, dann steckt 12.000 ein, passt schon so, nervt mich nicht. Aber halt gerade, dass man dann so einen Jugendschutzbeauftragten und so braucht, so, what the fuck, was ist das? So, das ist halt schon hart lächerlich, wenn man so drüber nachdenkt, ne. Oder sagen wir mal, im Durchschnitt 19.500 Zuschauer werden anders beurteilt wie jemand, der im Durchschnitt 20.500 Zuschauer hat. Also eine Differenz von 1.000 Zuschauern. Alles klar, gut, das leuchtet mir ein wie eine Glühbirne, Digga. Macht natürlich wieder sehr, sehr viel Sinn. Also die Meinung, die jemand vor 19.500 Zuschauern sagt, ist verantwortungstechnisch nicht so relevant wie jemand, der 20.500 zuschaut, weil er hätte ja... Wie gesagt, die Argumentation ist halt wirklich lost, also muss ich schon sagen, es ist halt nicht klug, das so zu sagen, weil irgendwo muss nur die Grenze sitzen. Ich sage euch ganz klar, und wie gesagt, es geht mir nicht um den finanziellen Aspekt, das ist ganz klar für mich eine Wettbewerbsverzerrung. Das ist für mich eine Wettbewerbsverzerrung. Und die Leute, die jetzt sagen, irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen, na, okay, ich baue euch, wo soll die Grenze anfangen, wo soll sie aufhören? Also prinzipiell gibt es sehr, sehr viele gute Alternativen, aber... Ich meine, vor allem, das Ding ist ja, es steht ja auch extra drin, dass die Leute, die eine hohe Prognose haben, halt auch diesen Rundfunk-Lizenz-Ding da halt, ähm, halt da sie mit runtergehen. Das heißt, selbst wenn du 19.000 Zuschauer hast und du gehst jetzt davon aus, okay, naja, ähm, es werden mehr, weil es halt die ganze Zeit steigt, dann brauchst du auch schon vor den 20.000 dieses Ding. Ich glaube, es gibt wenige Streamer, die sich so bei 19.000 halten und einfach nicht steigen, sondern das halt schon so der Peak ist, ja. Also ich denke, viele gehen dann halt irgendwann auch über die 20.000. Aber so, wie es jetzt gemacht worden ist, finde ich es völlig für... Ja, die Grenze, die sie gezogen haben, sind im Durchschnitt 20.000 gleichzeitige Nutzer, die man erreicht. Also, ich möchte nochmal festhalten, jemand, der im Durchschnitt mit 19.500 Zuschauern streamt, wird nicht eingeschätzt als Fernsehsender. Jemand, der mit 20.500 Zuschauern streamt im Monat, wird als TV-Sender eingeschätzt. Unabhängig jetzt davon, was ihr davon haltet, wenn ihr meint, dass das die Grenze ist, die sie gezogen haben und dass das die gute Grenze ist, dann reden wir leider aneinander vorbei. Es ist halt einfach eine sehr, sehr dämliche Lösung. Das heißt, im Umkehrschluss für mich, für Knossi vielleicht auch, für Trimax und, 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 wir brauchen eine Rundfunklizenz, die maximal 10.000 Euro im Jahr kostet. Finanziell wird es weder mich noch Knossi noch ein Trimax jucken, ob wir 10.000 Euro dafür im Jahr abbezahlen müssen oder nicht. Na gut, das sind ja 10.000 Euro, die man in den FIFA-Packs stecken kann, ne? Also, uh. Wir können das steuerlich absetzen, das ist uns eigentlich, ehrlich gesagt, relativ egal. Wir brauchen Jugendschutzbeauftragten und, ähm, als kleines Beispiel nur, ja, sollte ich diese Rundfunklizenz über mich als Montana Black erwerben und in einem Jahr beispielsweise Steuern hinterziehen und, äh, dafür verurteilt werden, für Steuerhinterziehung und vorbestraft wäre, beispielsweise, äh, dann würde ich, weil ich vorbestraft bin, meine Rundfunklizenz verlieren. Und dürfte dann rein rechtlich, äh, solange die Rundfunklizenz über mich läuft, nicht mehr streamen. Nur mal als Beispiel. Die Problematik dahinter ist, finde ich, prinzipiell erstmal, dass ich als Streamer als TV-Sender eingeschätzt werde. Ich bin alles andere als ein TV-Sender. Und das Vater Staat meint, mich als TV-Sender... Es ist halt echt einfach absolut dämlich. Ich weiß auch nicht, was Deutschland halt davon hat, ähm, ich weiß auch nicht, was Deutschland davon hat, irgendwie da diese Rundfunklizenz bei irgendwelchen Streamern durchzudrücken. Das finde ich halt wirklich einfach super schade, muss ich ehrlich gesagt zugeben. So, weil, ganz ehrlich so, dieses ganze Twitch- und YouTube-Ding und so, ähm, das ist ja eigentlich super. Ihr müsst mal überlegen, es sind ja tatsächlich wahrscheinlich schon super viele Arbeitsplätze dadurch entstanden. YouTube nimmt ja auch durch diese stetig wachsende Internetplattform immer mehr Steuergelder ein, wenn du überlegst, was so ein Monte verdient. Also ich glaube, wenn der wegzieht aus Buxtehude, sodass Buxtehude einfach nur noch die Hälfte des Geldes zur Verfügung hat. Ja, die Hälfte nicht, aber ich wette schon, dass Monte für mehr als ein Prozent der Steuern da verantwortlich ist, je nachdem, wie viele absetzt. Das weiß man natürlich halt nicht. Ähm, und das verstehe ich halt einfach nicht, weil es halt so dämlich ist, dass Leute da, ähm, dann als TV-Sender einfach eingestuft werden, weil es ja halt wirklich überhaupt nicht das Gleiche ist. Und ich finde, es ist auch immer wichtig, bei Gesetzen zu schauen, okay, macht das jetzt erstmal Sinn, das zu machen? Und ist das überhaupt realisierbar? Ich meine, wie soll das denn mit einem Jugendschutzbeauftragten funktionieren? Ich meine, das ist halt jetzt ein Angestellter von Monte. Ich weiß nicht, wie teuer so, wie viel Geld die dafür nehmen und ob das eine Ausbildung ist oder ob du jetzt mich da hinstellen könntest und ich sitze da halt und sage so, uh, das sagst du bitte nicht. Sagen wir mal, der kostet so im Monat brutto 5.000 Euro oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, kannst du auch von dir Steuern absetzen, bla, 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 sind aber dann trotzdem 60.000 im Monat, die halt einfach weg sind, dafür, dass der dann da halt sitzt und mal sagt, uh, 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 sag das bitte nicht. Weil im Playstream kann er ja nichts sagen, wenn ich jetzt ein böses Wort sage, ist es gesagt. Sondern kann er mir nur sagen, ja, okay, lass das mal bitte und sage ich, ja, und dann mache ich es doch wieder so, es macht ja auch wenig Sinn. So, es ist halt einfach überhaupt nicht realisierbar, so, plus dieser Mitarbeiter muss ja immer dann da sein, wenn du streamen möchtest. So, wenn ich jetzt in Urlaub fahre und ich will halt zwischendurch streamen, dann muss ich dir ja mitnehmen, so. Sonst kann ich ja nicht streamen, weil ich habe ja keinen Jugendschutzbeauftragten hier. Also, ich weiß nicht, ob der daneben sein muss, aber wenn, dann würde das halt überhaupt keinen Sinn machen. Ich weiß nicht, ob man das auch über WhatsApp machen kann oder so, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß, ich habe mal gehört, dass der dann irgendwie dabei sein muss. So, das heißt, das ist schon halt einfach richtig bescheuert und, ähm, ja, generell mit dieser ganzen Rundfunklizenz, es macht halt keinen Sinn. Es macht wahrscheinlich für Fernsehsender und so weiter Sinn, dass die halt eine, eine haben müssen, aber Streamer und so, das ist doch was komplett anderes. Du kannst es ja nicht mit einem professionellen TV-Sender vergleichen, wenn irgendwelche Leute privat live gehen und halt diese Zuschauer erreichen. Ich meine, Montana Black ist wahrscheinlich genauso gut ausgestattet wie ich, so, obwohl der halt das 20-Fahrer an Zuschauer hat. Es ist ja nicht so, dass da jetzt ein Riesenteam im Hintergrund ist, was dann die Kamera macht, was Belichtung macht und so weiter, wo die sich extra alle für treffen. So, es ist halt einfach eine absolute Abzocke und ich kann das halt nicht nachvollziehen, was der Staat halt davon hat, diesen Geschäftszweig halt so krass kaputt zu machen. So, weil es wird Leute geben, also kann ich mir zumindest vorstellen, die entweder aufhören zu streamen, weil das halt einfach keinen Sinn macht, weil es nicht umsetzbar ist, oder die dann halt einfach auswandern, wenn sie die Möglichkeit haben. So, ich in der Größe würde auswandern, sage ich euch ganz ehrlich. So, ne, falls ich mir ein Haus hole, vermiete ich das, gehe nach Madeira, so, ja, da gibt es dann für 1000 Euro eine Villa irgendwie, die du dir mieten kannst, du hast besseres Internet und hast diese ganzen Probleme nicht. So, dann entgehen Deutschland halt richtig hohe Steuergelder, na klar, nur von einer Person erstmal, das wird halt nicht jucken, aber auf Summe ist es ja schon dumm, darauf zu verzichten, wenn du es halt nicht musst, so. Und, äh, dann sind die Leute halt weg. So, das bringt dir halt nichts, wirklich, das bringt dir halt überhaupt nichts, Mann. Sender einschätzen zu müssen, äh, ist schon mal, finde ich, völlig fehl am Platz und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, oder nicht nur ein bisschen das Gefühl, ich finde, an für sich, unabhängig jetzt davon, ich finde, dass ein Haufen Leute diese Gesetze entwickeln, die überhaupt gar keine Ahnung haben von Twitch. Was habe ich mit einem TV-Sender gemeinsam? Die Argumentation von der Landesmedienanstalt, beziehungsweise vom Rundfunk ist, dass ich zu festen Terminen sende. Ja, das ist halt auch das, was ich irgendwie halt so scheiße finde, wenn du halt fast nur ältere Politiker hast. So, die kennen sich halt mit dem Internet einfach überhaupt nicht aus. Sie müssen mir überlegen, das ist eigentlich, ich kann, das kann man sich gar nicht vorstellen, das Internet so gibt es ja erst irgendwie seit 25, 30 Jahren oder so. Ähm, und ich sag mal, so richtig angekommen bei den Leuten ist es vielleicht seit so 15 Jahren. So, also keine Ahnung, vor 20 Jahren haben schon einige halt so einen Internetanschluss gehabt und man hat nur so ein bisschen was gemacht, aber dass es halt so eigentlich voll krass ist, glaube ich, ist es, also habe ich persönlich so mitbekommen, so vor 15, ja, so 2, 5, so wo ich 10 war. 10, 11, da habe ich so gemerkt, boah, Internet, Digga, was ist denn da los? Es gibt ja Klipfisch. Ähm, und diese ganzen Leute, die halt in der Regierung sitzen oder da halt irgendwas entscheiden, so das sind halt Leute, die sind 50, 60, vielleicht sogar 65, so, die waren da halt schon im mittleren Alter. Ähm, und wenn du älter bist, dann kannst du dich halt auch schwieriger auf neue Sachen einlassen, so. Und erzähl mal einem 65-Jährigen, was du da im Internet eigentlich genau machst, so, und wie das funktioniert und wie das abläuft. So, und dann haben die halt da natürlich ihre Lobby, ne, muss man ja dazu sagen, ist ja einfach so, wahrscheinlich von irgendwelchen Fernsehleuten, von der, äh, von den GEZ und so weiter, die das ja alles haben, so, und die sagen dann so, ey, diese Streamer, die nehmen uns die Zuschauer weg, weil seitdem es diese ganzen Internetsachen gibt, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich weiß nicht, ob ihr noch Internet guckt, aber, ich hab gar nicht das Gefühl, wenn ich jetzt beim Essen was gucken möchte, so, ach, ich schalte mal den Fernseher an und sepp mal durch, sondern ich geh automatisch auf YouTube, Netflix oder Amazon, aber halt meistens dann auf YouTube, oder halt manchmal auch Twitch und gucke mir da halt irgendwas an. So, und ich glaube, dass die dann halt gesagt haben, ja, wir machen jetzt mal was dagegen hier, aber diese Streamer, die brauchen auch eine Rundfunklizenz, genauso wie wir. So, dass es halt überhaupt nicht miteinander vergleichbar ist, so, das interessiert die dann halt einfach nicht. Das ist halt, ey, es ist, es ist so dumm. Wirklich, es ist so dumm. Und ich finde, dass die Gesetze, was die ganze Thematik angeht, Internet, etc., sehr veraltet ist. Und ich fühle mich da sehr missverstanden. Und ich fühle mich da auch irgendwo, ja, ich will jetzt nicht sagen, im Stich gelassen. Aber im Grunde signalisiert das ja an die Streamer da draußen, werdet niemals bekannt, beziehungsweise werdet niemals so erfolgreich, dass ihr mehr als 20.000 Zuschauer im Durchschnitt habt. Weil wenn das der Fall ist, wenn ihr erfolgreicher und erfolgreicher werdet, heißt das im Umkehrschluss, Vater Staat bedankt sich nicht dafür bei euch, weil ihr mehr verdient und mehr Steuern zahlt, sondern Vater Staat dankt es euch dadurch, dass ihr noch mehr kontrolliert werdet, dass ihr noch mehr in die Schranken gewiesen werdet. Wenn ich ja klar sowas falsch gemacht habe, ich fühle mich da sehr missverstanden. Ja, und wenn ihr immer erfolgreicher werdet und wenn ihr einfach mal über 20.000 Zuschauer im Durchschnitt habt, dann seid ihr auf einmal TV-Sender. Zwei Streams-Leute bis zu sein. Ihr habt drei Jahre lang mit 19.000 Zuschauern gestreamt, habt keine Kopfschmerzerei gehabt. Jetzt streamt ihr mit 22.000 Zuschauern im Durchschnitt, auf einmal seid ihr im TV-Sender, braucht eine Rundfunklizenz, einen Jugendschutzbeauftragten und, 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 und. Das kostet alles Geld. Vor allem, was halt wirklich cool wäre von Twitch, damit würden sie halt den Vertrag auch einfach richtig ficken, wenn du als Streamer einstellen könntest, dass halt nur 19.999 Leute gleichzeitig in den Stream kommen und alle anderen sind in der Warteschlange und wenn einer geht, dann kommt ein neuer rein und dann siehst du halt, welcher Platz du bist. Jetzt für so einen Monte, der 50.000 hat, macht das natürlich wenig Sinn. Ich sag mal, wenn du jetzt ein Streamer bist, der im Durchschnitt vielleicht so 21.000, 23.000 Zuschauer hast, da ist natürlich doof dann für 3.000 Leute, aber da müssen die sich halt hinten anstellen, damit du halt diesen Rundfunkvertrag nicht hast. Wäre schon geil, wenn man das so anstellen könnte, weißt? Wenn du so Plätze verteilen kannst. Und dann Monte macht mal so einen, einen Zuschauer, wie geil wäre das, Junge, da bist du so Platz 40.300 oder so. Geld spielt bei den Leuten, die in der Reichweite oder der Zuschauerzahl streamen, nicht unbedingt mehr so eine große Rolle. Also Geld spielt schon eine Rolle, aber der finanzielle Aspekt wird die meisten nicht stören. Ja, das hat sogar einer hingeschrieben, die Grenze, die Zuschauerzahl auf 19.900. Sondern dieses Kontrollierte. Eigentlich müssten wir alle, die irgendwo in der Art und Weise tätig sind, auswandern, Digga. Ich weiß, das sage ich immer, aber eigentlich müssten wir auswandern. So, wir haben jetzt hier einen Kommentar. Ich lese nur den Anfang vor. Du musst es mal aus der anderen Perspektive sehen. Knossi zum Beispiel hatte mit Horrorcamp und Angelcamp bestimmt nicht wenig verdient. Also erstmal hat er minimal daran verdient, weil die Kosten beim Angelcamp, wurden die Kosten gerade mal gedeckt und beim Horrorcamp haben sie minimals daran verdient. Und an das Geld will das... Krass eigentlich, ne? Weil man so überlegt. Ich würde super gerne mal so die Statistik von Knossi am Horrorcamp sehen. Also boom. Aber ich habe manchmal ja schon reingeschaut und immer wieder wurden irgendwelche Subbomben mit 50 Subs oder 100 Subs oder so verteilt, wo ich mir dachte, Bro, was geht hier ab, Alter? Wenn 100 Subs, sagen wir mal, Knossi verdient von mir aus 4 Euro dran. Bei 100 Subs sind das halt 400 Euro. Einfach mal so, zack. Dann richtig viele Leute haben richtig viele Bits rausgehauen. Generell hat er ja sehr viele Subs und so weiter in der Zeit gemacht. Aber krass, dass das dann gerade mal so die Kosten deckt oder die Mini mal Gewinn machen, ist schon wirklich heftig. Der Start ran, der Start... Stream ja mit 19k Zuschauer, die plötzlich gebottet werden. ...zu wissen, was ihr so verdient unabhängig davon, was du an Steuern zahlst. Das ist... Ich brauche gar nicht weiterlesen, denn deine Aussage ist völlig für ein... Denn ob du eine Rundfunklizenz brauchst oder nicht, ist vollkommen scheißegal, Digga. Am Ende musst du immer deine Steuer machen und angeben, was du verdienst. Da spielt die Rundfunklizenz keine Rolle, Bro, also da stimmt vorn und hinten nicht die Aussage. Also ich will mal Klartext reden. Ich bezahle 50% Steuern an Vater Staat. Für was? Für das tolle Internet, was in meinem Beruf mir so vorteilhaft hilft. Vater Staat hat mir aber auch gar nichts in keinster Art und Weise geholfen, wo ich jetzt gerade bin. All das, was ich mir gekauft habe, habe ich mir mal mein eigenes Geld gekauft. Mein Internetleitung bezahle ich aus eigener Tasche. Ich habe nichts vom Vater Staat bekommen, was mich hierher gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und bezahle am Ende 50% Steuern. Das tut schon extrem weh. Und ich glaube, jeder der Steuern zahlt, dem tut das weh. Und als kleines Dankeschön, weil ich so erfolgreich bin, werde ich jetzt als TV-Sender eingestuft, Digga. Obwohl es sieben Jahre gut funktioniert hat und diesen Rundfunklizenz-Scheiß gab es auch schon vor sieben Jahren. Und wisst ihr, warum das jetzt die letzten zwei Jahre so präsent geworden ist, weil die Landesmedienanstalt beziehungsweise diese Rundfunk-Scheiß, dass sie gemerkt haben, da hast du Geld zu holen bei den Leuten. Also vergleichsweise ist es für mich so, ich bin Mercedes. Ich sehe das halt auch so. Es ist halt, also ich persönlich finde es halt auch, wie gesagt, einfach absolut lächerlich, dass sie das halt jetzt machen. Und ich sehe da auch keinen Sinn drin, das zu tun. Also ich bin jetzt auch nicht mit Monte komplett einer Meinung zu dem, was er sagt, aber grundsätzlich vertreten wir da ja die gleiche Meinung. Und diese Rundfunklizenz, RTL Black 88, geil. An anderer, Streamer. Ja, es ist halt schon so. Ich meine, der Staat hilft dir ja wirklich halt gar nicht. Auch bei meiner Selbstständigkeit zum Beispiel haben die mir halt auch überhaupt nicht geholfen. Ich meine, es gibt, glaube ich, sogar Möglichkeiten, dass wenn du selbstständig bist, dass du, oder dich selbstständig machst, dass du so einen Kredit kriegen kannst irgendwie, den du, glaube ich, nicht, oder dass du so ein Startgeld irgendwie bekommst. Ich weiß nicht, das hat mir nur mal ein YouTube-Kollege gesagt. Da kannst du, glaube ich, so bis zu 10.000 oder sowas kriegen, damit du dir halt so die ersten Sachen dafür halt kaufen kannst. Weiß aber auch keiner, Digga. Also wusste ich zum Beispiel nicht. Wo ich angefangen habe, YouTube überhaupt beruflich zu machen, ich hätte mir halt direkt diesen Kredit nehmen können, damit ich mir halt eine vernünftige Kamera, einen richtig vernünftigen Rechner und so weiter holen kann, ein richtig vernünftiges Mikrofon. Also ich hätte diese ganze schlechte Qualitätssachen, hätte ich einfach gar nicht gehabt damals. Also was heißt damals, das war ja auch schon 2014 oder so. Aber das hätte ich damals halt nie gehabt. Das war sogar 2015. Das hätte ich da halt nicht gehabt, weil ich halt dann das Geld schon dafür gehabt hätte. So weißt du, oder man hätte sich ein Auto holen können, um was weiß ich wohin zu fahren. Also da hätte es ja viele Möglichkeiten gegeben. Oder es sind so Sachen, die kannte man halt gar nicht so. Ich war ja auch, wo ich dann aus der Ausbildung raus bin, bin ich natürlich erst mal zum Arbeitsamt, musste ich halt hingehen, weil die auch wissen wollten, jo, was macht der jetzt? Und da habe ich auch gesagt, ja, ich habe mich halt jetzt selbstständig damit gemacht. Und da hat auch keiner da gesagt, hey Digga, hier hast du so einen Kredit, dann können wir dir, Ausrüstung kannst du dir damit kaufen. Wird halt gar nicht erwähnt. So und dann kriegst du das irgendwann so fünf Jahre später mit. So weißt du, dann denkst du dir auch so, ja, geil. Es ist schon wirklich halt bitter, muss man sagen. Und ja, er hat natürlich recht. Man zahlt halt Steuern, man ist erfolgreich damit. Es läuft ja auch. Es ist ja, klar und das Ding ist, ich finde, Gesetze sollte es halt dann geben, wenn Dinge schief laufen. Und bisher, natürlich Twitch und so weiter wird immer größer, aber es gibt keine ernsthaften Probleme, die dadurch entstanden sind. Klar, auch Monti macht vielleicht mal Aktionen, die halt nicht gut sind, aber es ist nie so, dass es jetzt so komplett aus dem Ruder läuft, wo man sagt, oh, das müssen wir jetzt aber in die richtige Richtung lenken. Sondern, klar, und das ist ja, also es hält sich von selber im Gleichgewicht. Wenn irgendein Streamer eine Kack-Aktion macht, dann wird er dafür geschützt und macht es halt nicht mehr. So, das hält sich einfach selber so die Wiege zwischen guten und schlechten Aktionen, weil man natürlich auch nicht dafür irgendwie gecancelt werden möchte oder nicht gehatet wird. So, das ist halt total dumm, diese Rundfunk-Lizenz, weil es halt nicht läuft. So, bei einem Fernsehsender ist halt wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes. Das ist BMW. BMW verkauft im Jahr 60.000 Euro, ich, Mercedes, verkauft 70.000 Autos im Jahr und Vater Staat sagt dann auch einmal, äh, Mercedes, ihr verkauft ja im Durchschnitt mehr als BMW und dafür müsst ihr jetzt eine Gebühr bezahlen und eine Lizenz beantragen. BMW kann weiter einfach seine Autos verkaufen, aber weil ich ein bisschen erfolgreicher bin, muss ich jetzt die und die. Das ist ja auch das beliebteste Medium. Ja, es gibt ja auch mehr alte Menschen als junge Menschen so, ne? Und das Ganze in deinem Zeug ist ja eher was für jüngere Menschen. So, guck mal in 20 Jahren. So, in 20 Jahren sind die älteren Leute nicht mehr da und dann gibt's halt nur noch die Generation, die halt jetzt hier aufgewachsen ist. So, und dann, keine Ahnung, also klar, es wird immer mal wieder Fernsehsendungen geben, die gehypt sind. In der Late Night Berlin, das glaube ich auch, wird auch in 20 Jahren noch oder solche Sendungen, die halt so die Jugendlichen abholen, werden immer noch gut angeklickt, aber das meiste wird halt einfach online laufen. ganz ehrlich, also guck mal, das Ding ist ja, ich sehe bei Fernsehsendern keinen Vorteil. Ich sehe wirklich keinen Vorteil, warum ich Fernsehsender gucken sollte. So, zum Beispiel jetzt, wenn ein Film läuft. Nevermind Titanic als Beispiel. Titanic geht, glaube ich, irgendwie drei Stunden oder so, 180 Minuten meine ich, weiß ich nicht. So, das Ding ist, der läuft zum Beispiel bei ProSieben um 20.15 Uhr. Normalerweise ohne Werbung wäre der dann so 23.15 Uhr fertig. Der, ähm, der Film läuft aber bei ProSieben bis 0.15 Uhr oder so, weil die halt eine Stunde Werbung zeigen in diesen drei Stunden. So, dann wird die ganze Zeit Werbung gemacht, was ja einfach, es unterbricht den Film immer einer spannenden Stelle, damit du dran bleibst, macht dir aber auch die Stelle kaputt. So, weil genau da, wo es spannend wird, erst mal fünf Minuten Werbung. So, aus welchem Grund soll ich mir jetzt aber Titanic im Fernseher angucken, wo ich dann halt 50 Werbungen sehe, die ständig das unterbrechen, wenn es den Film jetzt zum Beispiel bei Netflix gibt, den ich mir einfach so angucken kann und ich habe nicht ein einziges Mal Werbung. Ich kann den komplett durchgucken und kann auch dahin skippen, wo ich möchte. Ja, wenn ich jetzt nur die eine Szene sehen möchte oder ab da, wo der Eisbär kommt zum Beispiel, das habe ich immer gemacht, so, dann, ähm, dann gehe ich da halt vor. Bei ProSieben muss ich halt dann um die Uhrzeit reinpacken. So, mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass ich mir auch einfach mein Programm selber aussuchen kann. So, wenn jetzt bei ProSieben die Simpsons läuft, aber ich möchte Family Guy gucken und das läuft gerade nicht im Fernsehen, dann kann ich das nicht sehen. Dann kann ich, dann kann ich halt höchstens sagen, ja, okay, dann gebe ich mich halt mit den Simpsons zufrieden, weil das kommt am ehesten noch an. So, bei Netflix oder Amazon oder so, ähm, oder auch bei Disney Plus, je nachdem, wo was läuft, so kann ich halt sagen, ja, ich möchte jetzt Family Guy gucken und kann halt dann Family Guy sehen. So, und da gibt es auch extrem viele, ähm, Staffeln zum Beispiel bei Netflix und so, ne, ähm, von, und die Simpsons gibt es, glaube ich, bei Disney Plus, das heißt, das ist doch, für mich ist, also hat der, hat Fernsehen einfach ausgedient, so, es macht keinen Sinn, selbst wenn man jetzt sagt, ja gut, aber sowas wie die Tagesschau, ja, die gibt es auch bei YouTube, so, ich kann mir die auch bei YouTube angucken, warum soll ich das im Fernsehen machen? Ja, stimmt, und das gehört auch noch dazu, ne, wenn ich jetzt halt Titanic sehen möchte und ich verpasse das im TV, weil ich vielleicht als Mensch auch mal was zu tun habe und weg ist, läuft ja, glaube ich, meistens sogar am Wochenende, so als Blockbuster am Freitag oder so und ich bin Freitag feiern, guck's mir einfach an, wann ich möchte, also für mich macht, ähm, für mich macht Fernsehen heutzutage einfach keinen Sinn mehr, so, und das Ding ist halt, so ältere Menschen kennen sich halt nicht damit aus, wollen sich nicht damit befassen oder sonst irgendwas, das ist der einzige Grund, warum Fernsehprogramme halt noch laufen, also meine Mutter guckt jetzt, äh, guckt auch noch Fernsehen, was ich, wie gesagt, auch nicht ganz verstehe, weil es halt einfach unsinnig ist, so, du kannst jede Serie quasi der Welt gucken und entscheidest dich dann fürs Fernsehen, so, ist schon weird irgendwie, ne, erfüllen, das ist für mich, also ich sag's doch ganz klar, so wie es ist, für mich ist das, das Wort ist vielleicht, das ist ja auch das Ding, es gibt ja nicht mal nur so Netflix und so weiter, sondern auf YouTube gibt es ja auch alles, so, ne, es gibt, auf YouTube kannst du alles gucken, so, weiß ich, wenn, wenn du jetzt Verdachtsfälle gucken möchtest, so wahrscheinlich, es gibt, also erst mal wahrscheinlich gibt es Verdachtsfälle sogar, dann vielleicht auch illegal bei YouTube, aber es gibt es halt, und wenn nicht, dann gibt es locker irgendwelche YouTuber, die so ähnliche Formate machen, die du dir dann angucken kannst, so kostenlos, ohne Werbung, ohne alles, also warum sollte ich dann das Fernsehen nehmen? Ich fehl am Platz, aber mir fällt gerade kein anderes ein, das ist für mich eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung, und damit bin ich auch nicht einverstanden, Digga, weil dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ich weiß es, die Rundfunklizenz nimmt seit mehreren Monaten, wahrscheinlich schon ein Jahr, alle meine Streams auf, und schaut sich alle meine Streams an, und, ich weiß es, die Rundfunklizenz nimmt seit mehreren Monaten, wahrscheinlich schon ein Jahr, alle meine Streams auf, und schaut sich alle meine Streams an, und schauen, ob ich irgendetwas Verbotenes mache, wie zum Beispiel, Werbung für Glücksspiel, Glücksspiel-Streams, ob ich irgendeinen Casino-Stream hoste, das weiß ich, dass die das machen, ich darf als Streamer in Deutschland, der eine Rundfunklizenz braucht, also wenn ich eine Rundfunklizenz hätte, dann werde ich als TV-Sender eingestuft, und ich dürfte dann keine Werbung für Glücksspiel machen, für Seiten mit .com, et cetera. Hä, aber das macht doch, Sat.1 und so macht, also ich weiß es halt, weil das bei meiner Mutter läuft, die machen doch auch Werbung für so Casino-Seiten, wahrscheinlich können die da kein Echtgeld einzahlen, aber da ist dann auch wieder so ein Punkt, und das ist Wettbewerbsverzierung, ich wünsche niemandem etwas Schlechtes, aber ich möchte euch noch mal ganz kurz daran erinnern, dass mein Bundesland Niedersachsen mich geohrfeigt und misshandelt hat dafür, dass ich Casino-Streamt habe, ich habe deswegen eine Ausdurchsicherung gehabt, und, 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 und andere Leute, und ich wünsche denen nichts Schlechtes, das geht mir jetzt nur als Beispiel, andere Leute machen in anderen Bundesländern, und damit meine ich nicht Knossi, sondern es gibt viele, viele andere Leute, die auch Casino-Streamen, und noch ganz anders als Knossi, sondern nämlich aggressiv mit Werbung, etc., etc., und die streamen seit Ewigkeiten Casino mit auch einer hohen Anzahl von Zuschauern, und da passiert nichts. Warum? Weil in dem Bundesland die Landesmedienanstalt entspannter ist. Ich wünsche niemandem etwas Schlechtes, und inshallah, bei den Leuten wird nichts passieren, aber ich muss es einfach noch mal klar und deutlich aussprechen, auch wenn es ein bisschen doof rüberkommt, aber ich muss es noch mal ganz klar aussprechen, das ist auch einfach eine absolute Frechheit, Digga. Ich wünsche niemandem etwas Schlechtes. Also ich verstehe das halt auch nicht, du lebst irgendwie in einem Land, Deutschland halt, aber in Schleswig-Holstein ist es irgendwie erlaubt, Glücksspiel zu spielen, und in allen anderen Bundesländern nicht, was ich halt auch nicht verstehe. Also dass halt so der, in Deutschland noch mal den Wohnort entscheidet, was du halt darfst und was nicht, also so kleinere Sachen, dass das halt die Länder selber machen, ist gut, weil Deutschland ist ja auch ein großes Land, das ist ja gut, aber gerade bei so wichtigen Dingen, also ich weiß nicht so, da ist es halt, wenn ein Bundesland sein eigenes Weg fährt, ist es halt schon komisch, weil ich könnte jetzt auch Schleswig-Holstein ziehen und könnte dann halt da meine Streams machen. So, das wäre okay für alle, das könnte ich das halt machen, das wäre denen egal. Und sobald ich das in Niedersachsen mache, ist es nicht okay, das ist schon weird. Wirklich, Chat. Aber ich muss es mal einmal ganz klar noch mal aussprechen, dass man sich da einfach dann einfach verfolgt... Ja, aber das ist nicht erlaubt, das wird einfach nicht strafrechtlich verfolgt. Man fühlt sich einfach von voller Straf. Am Ende, Digga, ich will einfach nur in Ruhe streamen. Aber manchmal fühlt man sich einfach dann ein bisschen veräppelt. Das muss man einfach mal aussprechen. Weil das ist einfach auch eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Ja, mit den Richtern ist es genau das Gleiche. Also wenn du halt irgendeine Straftat anzeigen willst, such dir einen guten Richter, der sagt dir genau, in welcher Stadt gute Richter sind, die in der Vergangenheit eher für dich entschieden haben bei dem Fall. Und dann kommst du damit mehr raus. Das ist auch so weird eigentlich. Also ich meine, klar, nicht jeder Richter kann das... Also da ist natürlich immer irgendwo eine eigene Gewichtung halt mit drin, weil zwei Straftaten sind auch nie zu 100% gleich. Es gibt immer andere Hintergründe und so weiter. Das ist klar. Aber es ist halt schon lächerlich. Das beste Beispiel ist, wie gesagt, das mit der schwarzen Humor-Seite. So, ich wurde halt... Also ich habe eine Ermahnung bekommen. Das ist jetzt eigentlich kein Freispruch. Die haben gesagt, du, 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 lass das mal. Ist halt quasi ein Freispruch so. Und der andere Admin, Chris, der musste zum Beispiel 10 Sozialstunden machen. Gut, muss man noch sagen, der hat sich einen Anwalt genommen, ich ja nicht. Und der hat dann mit dem Staatsanwalt darüber diskutiert und dann haben die sich ja drauf geeinigt. Aber das Ding ist, er hätte jetzt, dadurch, dass es halt in Frankfurt gewesen ist, hätte er nicht davon ausgehen können, dass er auch freigesprochen wird oder diese Ermahnung bekommt, weil der Richter das da vielleicht anders sieht. Und er hätte gesagt, nein, das ist ganz klar Volksverhetzung, whatever. Du machst jetzt 50 Sozialstunden oder du musst eine Geldstrafe zahlen oder Jugendarrest. Wahrscheinlich wird es jetzt nicht so schlimm, aber er hätte Sozialstunden gekriegt dann. Vielleicht mehr als nur 10, wenn er das nicht gemacht hätte. Wo ich mir so denke, wir haben doch exakt das Gleiche gemacht. Im Exacting, also es ist ja unsere Seite gewesen, wir haben gerade genau das Gleiche gemacht. Wie kann es denn sein, dass er nur, weil er in einer anderen Stadt wohnt und dann einen anderen Richter kriegt, anders bestraft wird? Also gerade bei da, wo es halt wirklich gleich ist, hätte man doch sagen müssen, okay, naja, der eine wurde freigesprochen, dann können wir ihm jetzt an die Schuldi sprechen. Was ist das für ein Rechtesystem? So, das ist schon weird einfach. Na Plattform wie Twitch, mir das Stream von Casinos untersagt wird und ich deswegen rechtlich belangt werde und ein Riesentantam drum gemacht wird von etlichen Medien, von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft und alle mit dem Finger auf mich zeigen und mich bumsen und nachdem ich gebumst worden bin, niemand irgendwas mal macht. Das Thema ist anscheinend gegessen, obwohl es noch viel, viel schlimmer und in ganz anderen Ausmaßen weitergeht. Das finde ich einfach, Digga, das finde ich einfach. Also, ich finde es eigentlich gut, weil auch unter den Leuten, die das machen, Kollegen von mir sind. Ja, man, das kommt auch noch dazu. Ich finde auch, so schulische Dinge sollten halt nicht Ländersache sein, sondern das sollte schon geordnet von Deutschland aus gehen. Also, das ist zum Beispiel auch wirklich super lächerlich. Zum Beispiel, das betrifft jetzt auch halt gerade meine Freundin, die hat halt irgendwie die 11. Klasse in Sachsen halt besucht, hat dann ihr Abitur halt einfach nicht gemacht, in der 12. Klasse und normalerweise ist es halt so in fast allen anderen Bundesländern lustigerweise, wenn du 11 Jahre Schule machst und dann zum Beispiel sowas wie in FSJ halt den praktischen Teil, dann hast du automatisch ein Fachabi, weil du hast quasi dann die 11. Klasse besucht und hast dann halt das Praktikum gemacht, Jahrespraktikum, FSJ, hast halt Fachabi. So, in Sachsen wird dir das halt nicht angerechnet so. Da sagen die, oh, gibt's halt nicht so, ne, ist halt vorbei, kannst du halt nicht machen. Wo ich mir auch so denke, also das ist halt so dämlich, weil das heißt, jemand, der in Niedersachsen die 11. Klasse halt besucht und ab und dann halt geht und dann halt ein FSJ macht, hat halt automatisch Fachabi, kann halt studieren, so, alles kein Problem. Jemand, der das gleiche in Sachsen macht, nicht. So, wenn du jetzt zwei Leute hast, die genau das so machen, hat der in Sachsen halt nichts, der hat nur einen Realschulabschluss und Ende oder muss dann vielleicht noch ein Jahr Fachabitur halt richtig in der Schule machen, weil der praktische Teil, der wird dann vielleicht trotzdem anerkannt, das weiß ich nicht. So, und jemand, der in Niedersachsen lebt, der hat sofort das Fachabi, kann sofort studieren. Also, hä? So, das ist, also es ist so dumm, das kannst du dir halt wirklich einfach nicht ausdenken. So, ne? Und auch generell, was halt das Abitur angeht, so, die Einländer machen irgendwie 13 Jahre, andere machen 12, bei anderen kannst du es dir vielleicht aussuchen oder sonst irgendwas, wo ich mir auch denke, jo, also es kann doch nicht sein, dass es vom Bundesland abhängig ist, wie leicht oder schwierig das Abitur ist. So, es gibt super viele Leute, die halt Abitur in 13 Jahren machen wollen, was ich auch bevorzugt hätte, weil ganz ehrlich, ein Jahr mehr oder weniger ist scheißegal, man. Also, dann hat man sein Abitur halt mit 18 oder 19 statt mit 18 oder 17 oder so. Uh, nein. So, aber dafür musst du halt nicht ein Jahr, also musst du ein Jahr mehr lernen in ein Jahr weniger Zeit. So, weil bei 12 Jahren musst du den gleichen Stoff lernen, nur ein Jahr schneller. Das heißt, Leute, die halt generell im Schulsystem nicht so ganz reinpassen, die bleiben auf der Strecke, weil die halt nicht so schnell nachkommen, die haben nicht so viel Zeit, das alles zu lernen. So, wenn du jetzt in einem Bundesland wohnst, die aber 12 Jahre durchdrücken, hast du einfach Pech. Du fällst einfach durch das Raster. Und deine Eltern können dir auch nicht umziehen, weil sie sagen, ach, naja, aber unser Sohn soll Abitur in 13 Jahren machen. Vielleicht ein paar Superreiche oder Selbstständige, die dann sagen, okay, naja, wir gehen jetzt halt erstmal weg. So, ähm, und in Niedersachsen, wenn du 13 Jahre hast, ist es halt viel, viel chilliger. Ja, selbst wenn es ein bisschen weniger Stoff ist, ist es aber trotzdem so, dass du halt mehr lernen musst. Also, du hast nicht ein Jahr weniger Stoff. So, und das ist halt einfach absolut lächerlich, dass das irgendwie von jedem Bundesland irgendwie da anders gewertetet wird. Dann ist das Abitur ja auch nicht überall gleich schwer. Ne, es gibt ja so ein Ranking, wo das Abitur schwieriger ist. Das heißt, wenn du dich später bewirbst, dann wird das quasi von den, äh, von den Chefs seit teilweise anders gesehen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo es gut oder schlecht ist. Sagen wir mal, in Hamburg ist es nicht so gut. Und dann hast du einen Bewerber aus Hamburg mit vielleicht 3,0 oder 2,0 und hast vielleicht einen, weiß nicht, in Niedersachsen, sagen wir mal, richtig geil, bestes Abitur. Nur gesagt, wie gesagt, es ist wahrscheinlich nicht so. Ähm, hast du halt jemand, der einen 3,0 hat, aber du nimmst halt dann eher den mit 3,0, weil er schwieriger hatte. was ist das? Also, die Abitursachen sind halt gar nicht miteinander vergleichbar, so vom Gewicht her, weil es was ganz anderes ist. Es, ich, es macht keinen Sinn, Digga. Es ist so dumm. Allein, dass da jeder sein, sein Ding ziehen kann, ist so dämlich, Alter. So, du musst mir überlegen, zwei gleich kluge Leute kriegen, also, die in verschiedenen Bundesländern wohnen, kriegt einer sein Abitur, der andere nicht, weil es einfach schwieriger und leichter war. Wen willst du das erzählen, Digga? Es ist so dämlich. Und dann wundert man sich darüber, oh, Fachkräftemangel, ja, wenn da alle möglichen Leute schon durchs Raster fallen, weil sie im falschen Bundesland wohnen und wir dann weniger Leute haben, die irgendwie was studieren oder bestimmte Ausbildungen oder so nicht machen können, ja, Bro, dann ist es auch klar, dass sowas passiert, ey. Dass es Kollegen schlecht geht, deswegen finde ich es auf eine Art gut. In Bayern muss man vier LKs haben, in NRW nur zwei, ja eben, wen willst du das erklären, so? Weil ich nicht möchte, dass Kollegen etwas passiert, auf der anderen Art, und ich glaube, das könnt ihr alle verstehen, fühlt man sich einfach falsch. Eher keine Gleichbeinigung als Wettbewerbserzehrung, doch, das ist für mich eine Wettbewerbserzehrung. Ich gebe mir nochmal ein Beispiel, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber ein Freund von mir hatte einen Casino-Stream auf Twitch. Und dieser Freund hat lange, lange Zeit auf Twitch-Casino gestreamt, hat auch Werbung gemacht, mit Banner unter seinem Stream, und, 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 und. Und auf einmal wurde er von Twitch gebannt. Also ich bin ja auch bei der ILS angemeldet, ich hätte mein Abitur auch in Hamburg gemacht, wenn ich das jetzt durchgezogen hätte. Der Kanal war von jetzt auf gleich weg. Dann ist er da anwaltlich gegen vorgegangen, labert, also unter seinem Stream, und, 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 und. Und auf einmal wurde er von Twitch gebannt. Also sein Kanal war von jetzt auf gleich weg. Dann ist er da anwaltlich gegen vorgegangen, bla, 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 weil Twitch hat auch ihm kein Grund genannt. Die Antwort von Twitch war auf seine Frage, warum er gebannt worden ist, perma gebannt, ließ sie die AGBs durch, dort steht drin, was du machen darfst und was nicht. Er hat keine Antwort von Twitch bekommen, warum er gebannt worden ist. Daraufhin hat mein Kollege dagegen geklagt, beziehungsweise ist gerichtlich dagegen vorgegangen. Daraufhin hat er dann von Twitch eine Antwort bekommen, und, siehe da, Twitch hat im Auftrag, beziehungsweise Twitch wurde von der Landesmedienanstalt angeschrieben, dass dieser Kanal doch illegale Handlung betreibt, im Sinne von, dass dieser Kanal für Casino-Content, für Casino-Seiten wirbt. Gerade die Landesmedienanstalt auch recht, denn mein Kollege hat Werbung für Casinos gemacht, was er hätte nicht machen dürfen. Okay, also in dem Fall vielleicht auch zurecht gebannt. Also, ja, hätte man mit rechnen können. Von dem Kollegen ist der Kanal jetzt gesperrt permanent, schon seit einiger Zeit. Der hatte im Durchschnitt 400, 500 Zuschauer. Und wenn ich jetzt auf Twitch gucke, Digga, mir geht es nicht um einzelne Personen, es geht mir nur ums Gesamtbild, wenn ich jetzt auf Twitch gucke, sehe ich so viele Leute, die mit so viel mehr Reichweite aktiv auch Werbung für Casinos machen, und da passiert einfach nichts. Warum? Weil eventuell da die Landesmedienanstalt in der Region entspannter ist, als in einer anderen Region. Aber Digga, wir leben in Deutschland. Von Bundesland zu Bundesland können Gesetze abweichen. Aber für mich ist das eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung, wenn ich in einem Bundesland lebe, mein Kanal wegen der Landesmedienanstalt gebannt werde, ich ein Bundesland weiterziehe und da wieder das in Ruhe machen kann, weil die Landesmedienanstalt da noch am Pen ist. Das ist einfach Schwachsinn. Da fühlt man sich einfach verarscht. Ja, bundesweit einheitliche Regeln wäre... Ich finde auch, dass da auf jeden Fall bundesmäßig einheitliche Regeln einfach sein müssen. Also, ich habe das jetzt ja auch ausführlich schon erklärt. Ich finde es halt einfach unfair. So, ich meine, guck mal, das Ding ist ja, ich sehe das halt auch eigentlich schon Richtung Wettbewerbsverzerrung, muss ich tatsächlich sagen. Weil man darf halt nicht vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Casino-Streams machen darf in Niedersachsen, zum Beispiel in Montana Black, die kommen ja super an. Wir streiten uns jetzt moralisch nicht, ob das okay ist oder nicht, aber er hat quasi nicht die Möglichkeit, das zu machen. Ein Knossi, der in Sachsen, nee, Schleswig-Holstein, glaube ich, wohnt da, ne? So, der darf das streamen, weil das nicht verfolgt wird. Dann ist es Wettbewerbsverzerrung. So, weil die Streams kommen super an und dem einen wird es verboten und der andere darf das halt machen. Das ist ja dann keine Gleichstellung mehr. Und du kannst ja auch nicht sagen, ja gut, aber der wohnt 50 Kilometer hinter der Grenze von Niedersachsen, deswegen ist das jetzt okay. So, das macht halt einfach keinen Sinn. Baden-Württemberg, ach so, das ist da auch erlaubt oder was? Ja gut, wie gesagt, ich weiß, ich bin da halt überhaupt nicht drin, ich weiß nicht, wo die Leute wohnen. So, das ist halt aber dumm. In Baden-Württemberg wird es halt anscheinend, dann halt ist es denen egal, so, die juckt das halt nicht, die freuen sich wahrscheinlich über die Steuern und Niedersachsen denkt sich so, ey, müssen wir es jetzt aber kaputt machen. Das heißt, Montana Blake hat dann eine Hype-Sache, diese Casino-Streams, die er nicht machen kann. Damit kann er keine Zuschauer mehr fangen. Und das ist halt, ähm, halt lächerlich so. Auf jeden Fall besser. In vielen Belangen. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Sachen. Da fühlt man sich manchmal dann doch schon ein bisschen veräppelt und das Ganze bereitet einfach unnötige Kopfschmerzen, weißt du? Thema mit Casino, habe ich jetzt einen Haken gemacht, ich rede jetzt wieder wegen der Rundfunklizenz. Wir sind doch alle schon brave Leute, wir bezahlen unsere Steuern und bringen Vaterstaat ein bisschen Cash in den Tasch, Digga, wir machen doch alles so. Und dann, es werden einem immer irgendwie noch mehr Steine in den Weg gelegt, in der Selbstständigkeit, egal ob Twitch oder in anderen Berufsfällen. Man hat immer das Gefühl, Digga, dass Vaterstaat versucht einzubrechen, dass du wieder ins Angestelltenverhältnis reingehst, Digga. Lass mich doch einfach in Ruhe meine Sachen machen, Digga. Ja, gut, also das glaube ich nicht so. Ich denke schon, dass der Staat halt natürlich so viel Geld rausholen möchte, wie möglich so. Ne? Ähm, das muss man natürlich schon sagen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er dich wieder in ein Angestelltenverhältnis bringen möchte, weil der Staat hat ja schon mehr davon, wenn du selbstständig bist, weil du hast dann, also du kannst ja halt dann einfach, ähm, Mitarbeiter einstellen. Ich glaube, Montana Black hat ja auch ein paar Mitarbeiter irgendwie, die dabei sind. Und, äh, das sind ja dann halt, also nicht nur er alleine ist dann quasi jemand, der Steuern zahlt, sondern er holt auch direkt zwei, drei Leute ins Boot und das senkt ja auch wieder die, die Arbeitslosigkeit und so weiter. Also ich denke schon, dass der Staat das gut findet, dass es das halt gibt so, ne? Und ich denke auch schon, dass der Staat eher auch ein Interesse daran hat, dass du selbstständig bist, weil selbstständig sein kann zwar nur eine Person immer, also du kannst ja nur für dich selber selbstständig sein, außer du hast so Dings, aber ein Selbstständiger kann halt mehrere Leute einstellen. So, das heißt, wenn du jetzt einen Selbstständigen hast und du hast fünf Mitarbeiter so, dann ist das gut für den Staat, weil dann hat er quasi sechs Leute, also den, den Selbstständigen und die fünf Mitarbeiter, die keine finanzielle Hilfe benötigen, die ein festes Einkommen haben und die ja auch wieder gut für die Wirtschaft sind, weil das Geld, was sie verdienen, auch gleichzeitig dann wieder in irgendwelche Konsumgüter ausgegeben werden. Also, ne, der Staat hat schon ein Interesse daran, dich halt selbstständig zu machen, eigentlich. Ähm, das Ding ist, die Steuern sind halt viel zu hoch, es ist halt, also, es ist ja schon gut, selbstständig zu sein, aber es gibt halt super viele Probleme, jetzt kommen sie mit sowas wie der Rundfunklizenz an. Also teilweise macht Deutschland halt einfach auch Dinge, wo du dir halt dann irgendwann sagst, so, jo, ich geh halt hier weg, ne? Rundfunklizenz, ich bin TV-Sender, wollt ihr mich verabschieden, oder was? Ich stream sieben Jahre, sechs Jahre hab ich meine Ruhe und dann fällt dann eine, das ist ja ein TV-Sender. Und dann, denk ich, was soll denn das, Alter? Die sechs Jahre davor ab, das soll ich auch nicht interessieren. Weil ich mein, TV-Sender ist ja auch irgendwie, war das nicht auch am Anfang irgendwie so, dass ein TV-Sender nur etwas zählt, der wirklich so ein festes Programm hat? Irgendwie? Weil, keine Ahnung, streamen kannst du ja online gehen, wann du möchtest. Also, es ist ja halt kompletten Unterschied zu einem TV-Sender. Ein TV-Sender kannst du 24-7 erreichen normalerweise, die meisten Sender. Montana Black nur dann, wenn er online ist. Okay, du kannst dir halt die VODs angucken, aber dann wäre ja jeder YouTuber auch ein, muss ja auch deine Rundfunk-Lizenz haben. Du merkst ja auf einmal, da hast du Geld zu holen, weil das Thema Internet immer präsenter wird, präsenter wird, Digga, was ist das für eine Scheiße, Digga? Und dann hast du da irgendwelche Hinterher, hab ich Männer, Digga, von der Landesmedienanstalt, die dir erzählen, jeder Instagram-Beitrag muss als Werbung markiert werden. Und wenn du irgendeinen Kollegen markierst, ist das auch Werbung, weil du werfst für deinen Kollegen. Wenn du eine Instagram-Story machst und man sieht da eine Cola-Flasche, weil ich mach jetzt so ein Foto, oh, hier gerade am Stream und man sieht Cola, Digga, weil das auf einem Tisch steht, ich werd da nicht viel bezahlt. Die Cola steht einfach da, nur weil ich sie gerade getrunken hab. Soll ich laut Medianstatt das als Werbung markieren? Auf einmal ist jede Story Werbung, Digga, niemand weiß, wer was bezahlt wird. Da haben wir uns ja auch ein Video angeguckt, das ist so dumm, ehrlich. Also, ich weiß auch gar nicht, was daran so schwer sein soll, Digga. Wenn ich Geld bekommen habe, ist es Werbung oder das Produkt und wenn nicht, dann ist es keine Werbung. Also, da ist es so einfach, man. Und irgendwie checken das die Leute halt. Wer wacht denn so? Ich würd super gerne mit solchen Leuten mal reden, ne Argumentation führen, weil es ist ja, es ist ja so, wie er sagt, man soll eigentlich alles als Werbung kennzeichnen, aber gerade dann erreicht man ja genau das Gegenteil, weil dann ist es nicht mehr transparent einsehbar, was jetzt genau bezahlte Werbung ist und was nicht, weil einfach alles als Werbung getaggt wird. Hauptsache, du machst alles als Werbung. Das sind solche dämlichen Gesetze, Digga. Das ist also wirklich, da sitzen ein paar alte Menschen, Digga, die einfach überhaupt, Digga, die benutzen auf Windows 98 und die machen Gesetze, wie ich meine Werbung zu markieren habe, Digga. Das ist, das ist, ja. Das ist halt, hat der, ist das eine Boxerschutz, Digga? Okay, ja, aber gutes Video, kann man sich auf jeden Fall geben. so.